So Leute, damit ein herzliches Willkommen. Es hat euch vieles getan hier. Und ich würde mal sagen, schnattern wir nicht zu lange? Schauen wir gleich mal rein. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da alles für Neues geht. Wenn wir uns zu den Prüfungen, okay? Ähm, besiegt ihr 100, besiegt ihr Neighbor, besiegt ihr 40 Gegner, alles klar. Kraftprobe einmal meistern, Kraft schaden, besiegt ihr Gegner mindestens 100. Ja, passt, hätte ich gesagt gehabt. Let's go, hallo, hallo. Bin gespannt. Ist das online oder ist das eh? Okay, das tut einfach nur mal vorbereiten. Okay, wir haben 5 Chancen, wenn die 5 nicht genutzt werden. Ja, sind wir halt gefickt. Ähm, für die Bewerbzeitle mit 3 Minuten, alles klar. Ich hoffe, dass wir das natürlich auch schaffen, eh klar. Aber, geil, dass es was Neues gibt. Das freut mich. Das freut mich wirklich, dass da was Nice gibt, das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Ah, schön, schön. Das macht natürlich wieder alles, wieder ein bisschen mehr Motivation rein, alles hin und dran. Weil die Risse sind ja doch schon irgendwann einmal ein bisschen langweilig geworden. Beziehungsweise ein bisschen sehr nervig. Ich weiß nicht, immer so dieses... Ah, habt ihr euch doch keinen Bock, oder sonst irgendwie so da kurze Videos. Keine Ahnung. Ja, haben wir es schon geschafft. Nice. Prüfungsergebnis. Hier kannst du deine... Jo, passt. Ähm, einfach mal weiter. Ha! Das klingt ein bisschen sehr schnell. Siege in Folge, okay. Kann man das dann halt wieder und wieder und wieder und wieder wiederholen? Keine Ahnung. Da habe ich schon herausfinden. Ich würde aber erst beim Dritten die ultimative Kraft einsetzen. Weil da hat es irgendwas geheißen, einmal ultimative Kraft und einmal irgendeinen gewissen Schaden et cetera, sollten wir da auch mal gemacht haben. Schau. Ich finde zwar trotzdem noch immer, dass es sagt, ja, aber schade, dass es halt trotzdem auch eklisch ist. Aber wie stört sie? Irgendeine Nach der Zeit stört sie dann eigentlich voll überhaupt nicht. Ich hoffe, dass wir da wenigstens auch ein bisschen mehr. Ja, der ultimative Kraft. Aber nur 40 Gegner? Geht schnall weg. Geht schnall. Ah, finde ich wirklich nicht schlecht. Zwar ist eh klar, wir sind schon bei einer gewissen Stufe. Da geht das, da rennt das natürlich wie immer alles viel schneller ab. Das ist sowieso klar. Ah, Nebulo ist auch schon da. Na dann... Warte, dann müssen wir unsere Kräfte da auch mal nutzen. Bum. So, da. Gott sei Dank. Hab schon zwei. Habt man schon da gehabt. Okay, wir sind schon fertig. Super. So, jetzt können wir eh klären mal unsere Kräfte. Na, na. Das dauert noch ein bisschen. Dauert noch. In der Hoffnung. Ah, das wird sie ja schon ein bisschen. Es geht sich fix aus. Einmal glaube ich, wir werden das schon nutzen können. So kurz. Er war doch gleich. War ich doch mal zufrieden? Okay, wir sind genau noch zwei. Passt mir. Aber schau, kurz davor etwas wirklich gekauft. Scheiße. Okay, ich kann trotzdem noch immer auf weiter. Ist das jetzt quasi jetzt... Na, okay. Ähm, auf diesem Wischwand kannst du dann in Kraftwurm erlangte Punkte und alles klar. Ja, in dem Fall halt bis ich das stark gegnerne. Mindestens 120. Äh, wie soll ich da bitte 120 mehr machen? Oder gibt's da ein Schwierigkeitsgrad dann auch? Ah, ja. Äh, äh, also. Wie soll ich da bitte 120... Also, da... Wie soll ich da bitte 120 erledigen? Ich sehne da nicht böse, aber... Da steht, besiegte, starke Gegner. Mindestens 120. Und wo soll ich 120 der herkriegen, Alter? Kraftschaden mindestens... Okay, das lasse ich mir noch einreden. 1,2 Millionen. Ja. Aber die 120 Gegner... Ähm, besiegte Gegner mindestens 160. Das wundert mich jetzt gerade. Ach so, dass man das vielleicht ein bisschen rauszögert. Dass man da vielleicht immer noch schaut. Dass man da vielleicht immer nur die Starken erwischen. Boah, wie... Ja, probieren wir's halt einfach noch mal aus. Ja. Probieren wir's einfach noch mal aus. So stört mich das halt... ...abieselst natürlich, dass wir auch eine gewisse Stärke haben. Dass wir auch eher mehr von der Ladezeit verbringen, als wir jetzt... ...bei was anderem. Aber noch gut. Es soll auch angeblich einen neuen Riss geben. Das finde ich auch nicht schlecht. Da schau ich auch dann liebend gern vorbei. Ob... Ist natürlich auch wieder eine Frage, wie ich sterben müsste. Also... So, ich will halt mal schauen, dass wir da vielleicht... ...irgendwie nur so halbstark erwischen. Irgendwie in der Richtung. Da schau ich halt eher so aus wie... Ah, da... Da... Ja, ich schau halt trotzdem, dass ich mich halt auf die... ...auf die konzentrieren kann. Aber seid's mir. Nein, Bäs aber. Wieso ich da bitte so viele erledigen? Hallo? Vielleicht... Vielleicht gerade bei ihr. Vielleicht gerade bei ihr, dass man das vielleicht so machen könnte. Aber sonst... Und dann so kurz davor, bevor man da halt fast schon... ...die Zeit abläuft, dass man da halt... ...quasi dann... ...sie halt Maya macht, in jedem Fall. Warte, jetzt mal... Jetzt machen wir mal kurz eine neue Stufe-Bild hier. Könnte ja möglich sein. Dass sie, wenn sie quasi so eine Art... ...nächste Phase hat, damit da dann vielleicht doch noch... ...stärkere auszukommen hat. Das sind aber auch nur die Gegner. Ah, schön, dass wir das... ...debei abfüllen auch noch, aber... ...finkt man eigentlich anscheinend... ...ich nicht. Ja, das ist eigentlich... ...bleib dein Gehirn, was ich überhaupt nicht... ...wirrchenbar. Wie soll ich da die... ...die Großen da erledigen? Wie soll ich da die Großen erledigen? ...neine Ahnung. Was soll ich von denen... Ah, sorry, so 120 von den Großen... ...ä, es ist sowieso komplett schwachsinnig an. Da wird sowieso erst nur 40 verlangt. Und bei den anderen Modus kann ich auch nicht... ...auf die anderen zugreifen und sagen... ...ja, tun wir einfach nur einmal... ...nur die Storken da erwischen. ...ja, sicher nimmst du die Kleinen auch mit. Die Kleinen machst du mit einem Schlag fertig. Außer ich würde dich halt natürlich so wechseln... ...damit es halt nur... ...nur schwachsinnig ist. Das wäre natürlich auch möglich. Und was ist, wenn ich... ...nei, es ist sowieso... ...sich im Mindest. Vielleicht schauen wir, dass wir da nicht... ...neet Mabella oder sonst die im Ring, sondern einfach die. Da vielleicht erwischen einfach nur, dass wir da erwischen. Müssen sie ja nicht unbedingt auch grad fassen. Aber dann würde es mich natürlich auch... ...umso mehr interessieren, ob man dann... ...ob man dann halt natürlich weiterkommt... ...und dann würde es auch... ...nur... ...so, machen wir mal den hier. Ha, dann kriegst du einen Stern mehr. Ah, Buchung schafft. Ah... ...hat's in der Armie irgendwie ausgezahlt. Na, dann... ...dann... ...muss ich sagen, ist das... ...okay, bestanden... ...einmal... ...okay, und das geht jetzt immer wieder... ...und wieder und wieder und wieder und wieder... ...oder wie oder was. ...wird der erste Durchgang einfach nur so eine Probe? Oder wie oder was? Ah, anscheinend... ...haha... ...okay... ...interessant... 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 ...so... ...würden wir natürlich dann definitiv... ...die großen dann... ...120 von denen... ...haha... ...so machen wir dann wirklich 120 von denen... ...mei, Alter... ...muss ich halt dann jedes Mal wiederholen dürfen. Hihi, mit Levelaufstieg, hier war's geil. Ich glaube, ja, so wird's dann halt wirklich gehen. Also, wenn das halt natürlich dann... ...immer wieder und wieder und wieder... ...und dann wieder... ...wenn das halt natürlich dann... ...in dem Fall dann halt so zählen würde... ...ja, dann schon. Sieh, irgendwie... Ja, im Gehen rather... Da kann man schon ein bisschen trainieren, damit wir gleich mal die Fehlkarten da ausnutzen können. Amoin! Au! 56 bistarrisch. Schäber auf Leveln, Bitches! Schäber auf Leveln! So zählt das jetzt eigentlich? Ähm. Hm. Keine Ahnung. Aber Hauptsache es hier wäre alles wie gefällt. Die Folge. Hauptsache das zählt. Ha. Und das trotzdem halt... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht. Aber trotzdem bin ich halt trotzdem froh, dass sie halt da wenigstens weitergemacht haben. Und nicht, dass sie es einfach so ein bisschen auch links liegen gelassen. Weil anscheinend... Hübsch. Na ja definitiv was realist. Von den Charakteren, die was doch dazukommen. Was sogar dazugekommen sind. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass zwei Charaktere dazukommen sind. Ähm. Cyclops und der andere Hapschi. Der was eh bei Deadpool 8 dabei war. Boah. Wie heißt denn der wohl? Muss eh nicht wissen. Wäre halt nur praktisch, wenn wir das halt mit ihm noch auffüllen. Oh, für wär's voll, oder? Komm schon. Mach voll, mach voll, mach voll. Mach voll. Mach voll. Passt. Jetzt sagen wir's. Hoffentlich ist aber nicht allzu schnell fertig. Das... Mann. Wir haben da immer 1,2, oder? Was denn das wäre scheiße? Nein. Da brauchen wir definitiv andere Charaktere. Da brauchen wir definitiv andere Charaktere. Ah, da brauchen wir definitiv andere Charaktere. Die haben hier nicht einmal onion miteinander. Alter, jetzt reicht's aber. Bestanden? Zweimal. Ah, ja. Okay, ja. Schön, ich würde dann sicher definitiv gerne mal aussehen. Weil jetzt reicht's. Aber nett. Aber nett. Aber nett. Aber nett. Aber so, das hundertmal hintereinander machen, wir dann aber auch nett. Guck. 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 Muss dann aber nett sein. Aha. Na schau. Okay. Rekord. 169. Okay. Dann sagt dann mit dem Kraftschauen, dies, das, jenes. Ähm. Achso, das wollte ich jetzt jetzt eingeneid irgendwie wieder, oder? Gut. Das Problem ist, ich weiß ja nicht, ob das dann halt wieder weiter und weiter dazu zählt. Das würde ich halt schon gern wissen. Das hätte ich halt schon gern gewusst. Aber noch gut. Ja, haben wir halt drei von vier. Du.